Hallo, ich fasse mir kurz, ich habe leider nicht gehört, dass meine Vorredner gesagt haben, falls ich mich wiederhole, sorry dafür. Ich habe als kleines Kind, stand ich auch mal drunter in der Menge, mehrmals, da standen ja noch andere Spiele oben. Und habe denen zugehugelt, habe immer gehofft, dass ich auch mal als Weltstar hier oben stehe, als Spieler allerdings. Jetzt bin ich als Trainer oben und bin natürlich auch ein Traum für mich in Erfüllung. Ich fasse mich deshalb kurz und ich relativ schnell wieder, heute Nachmittag, wenn es dann die Sonne etwas weggeht, ins Büro gehe, aber ich will nächstes Jahr gerne mehr Täti mit euch feiern, wenn wir es schneller arbeiten wollen. Ihr dürftet euch trotzdem genießen heute in vollem Zügen. Vielen Dank für eure Unterstützung und nächstes Jahr hat es hoffentlich ein, zwei schöne Täti mehr. Dankeschön.